Naja, erstes Kapitel ist durch. Schneller als erwartet. Mhm. 57 Minuten. Ja, ich bin zweimal gestanden. Ich habe einen fesseren Rang. Obwohl ich nicht gestalt bin. So. Gibt es noch was zum Updraider? Ja, mit der niedrigen Punktzahl eher weniger. Ja. Genau das gleiche wie bei mir. Gut, dann kann ich auch gleich weiterziehen. Aber jetzt werde ich das Bild kurz legen, dass ich besser sehe. Ich bin zweimal gestattлив, wie das luzige dice ist. Ich habe es dadurch wahrscheinlich nur den Kopf gefunden. Ich habe jetzt Er war eine Recon, alleine. Ich habe es nicht. In der BSAA ist unser Job zu verhindern, die Welt von Terrorismus. Und der einzige Weg, das wir tun, ist, dass wir zusammenhängen. Keine Ahnung. Genau. Jetzt alle und alle von euch bereitstehen für unsere Kahn. Aber das ist mein Job, dass wir alle durch das Leben sind. Suck it up, Finn. Sorry, Sir. No one gets left behind. Not on my watch. Understood? Yes, Sir. Finn, give us the update. Yes, Sir. The Gorillas are using a new species of B.O.W. Command is calling them Juavo. They are extremely intelligent, incredibly strong, and have the ability to mutate in response to physical trauma. All right. You know the drill. Split into three teams. Move out! You got it, Sir. Yes, Sir. You're the rookie, huh? Yes, Sir. Finn McCauley, Sir. I know you're nervous, Finn. The team's got your back, okay? Yes, Sir. I'll give this everything I've got. Oh, is he always this awesome? Uh, Finn hat gerne inspirierend. Achtung, sie lachen uns wieder aus. Ja. Wer fährt Auto? Ich fahr nicht. Ich bin nur offen drauf. Ich bin nur offen drauf. Ich bin nur offen drauf. Ja. Äh, wo bin ich? Wo bin ich? Da fahren ja Leute. Nein, ich bin nicht überfahren werden. Was ist denn nun so? Ja. Ich krieg Erfahrung. Ich würde mich gerne an die... So. Ich würde mich gerne an die... So. 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 Er ist weg. Ach so, ein Sniper gibt es hier auch. Ich sehe aber... Ja, ich wurde von einer Rakete getroffen. Das ist ein Wunderer von Leben. Hey! Also welcher Ascht hält ihr? Und wieso lebt ich noch? Fuck! Weiss ich nicht! Was soll doch eigentlich noch Maus entworfen sein? Was soll doch eigentlich noch Maus entworfen sein? Cool, Alter. Was ist überhaupt Schaden genommen? Am Biss! Am Biss! Oh ja, aber genau. Ich sehe nichts. Super. Jetzt muss ich schon etwas wegwerfen. Ja, gut. Die drei Pistole Munition. Tschüss. Bis ich da nur ein Grünes finde, dann... Und ich weiss, was ich jetzt benutze. Also Sturmgewehr davon habe ich viel zu viel Munition. Da kann ich mal ein paar Schuss entfernen. So, die sind rot. Ja, bis da muss ich mir das Leiter ein bisschen drauf leiten. Kein Platz für euch. Also ich nehme mir immer gerne Munition mit. Ich kann nicht. Ich hatte viel zu viel Munition. Da ist eine Waffe. Ah! Waffen sind ein gutes Zeichen. Und ich muss immer Linker sein. Ja, du bist Links, ich bin Rechts. Perfekt. Oh nein. Ähm. Aber schnell die Waffe einsammeln. Setzen sie noch Giganten ein. Ähm. Ich weiß nicht, aber ich dachte, die Kamera muss sich wieder nicht bewegen. Ja, fliegt genau zu hoch. Nein, nein, ich will die Waffe. Ich komme jetzt nicht mehr ab. Ich habe nichts vor. Kann es aber sein. Was passt denn? Soll ich jetzt zurückkommen? Oh Gott, ist es mir noch durch? Ach, Alter. Dann gehe ich da hoch. Ich fahre dir. Nein, nein, leg mich weg. Leg mich weg. Oh Gott, das ist weh. Ich fahre dir. Hey, cool. Ha! Ich streife dir das Ding raus. Ja, ich hätte es auch gerne rauspissen. Ich hätte es auch gerne rauspissen. Hey, was ist es! Junge, hütt! Chöne Hallo. Bist du weh, was ihr waffen hatten? Ich möchte die Waffen abdrücken. Die haben Schulden. Gibt es weiter, oder? Wolltest du nicht noch die Waffe haben? Ja, ich wollte aber nachschauen, ob es da weiter geht oder nicht. Jetzt habe ich genug Stunden. Ich habe eine Munition verschossen an dem Vieh. Ich bin nicht mehr so alleine. Eine Sturmschrotflinte und ein Ersthilfespray. Cool. Da war ich mal eine Schrotflinte. Ja. Als Fuggeleger kommt feiert das. Hm. Bis früher wäre ich nicht schlecht gewesen, aber... Dann hätte es auch nicht gesturmen mit... ...das spielt ja... ...vor... ...Tokio. Dann hätten sie dort die Schotkan auch haben müssen. Dann hier nicht. Moment. Kann man hier einfach gerade raus, Walter? Okay, hier sind noch ein paar Christen. Ach, da oben sind Christen? Ja. Ja. Der Wagen fährt ja aber weiter. Man kann zwei Böge gehen, oder was? Ne, ich nehme eine Abkürzung. Was ist das? Was ist das? Ach nee, wo muss es doch runter? Ich muss dann noch ein paar Blankgranaten auswerten. Weil ich hatte keinen Platz für den Schottkuhn. Cool. Da. Mann, ich kann meine Fahrten nicht umrutschen. Mann, heißer. Mann, heißer. Ich habe den A.P.C. benutzt das Fenster. Ah, war. Aua! Was sind denn die noch was, oder? Ne, nur ein paar Gegner. Wahrscheinlich immer wieder random nach vorne. Ne, so im Haus irgendwie. Ja. Die war gut geworfen. Ok, jetzt mutieren. Tschüss. Wir gehen dann. Wir haben die Assault, der Redken. Ich hab nichts zu tun. Und wieso fertig dann drauf? Was? Das steht nicht los. Konnekt兩個 noch mehr啊! What kind of attack mia인가? Wenn du es an so einem mal weiterentriebest! Noch mehr Gesellschaft. Ja, ich werde beide überfahren wollen. Achso. Ach nein, das machst du nicht. Ja. Ich habe den Sniper. Na ja, ich habe mich gebrochen. Ja. 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 Das ist ein langesemann, ich will es doch hier sein. Ich würde nicht zu nahe Rang gehen! Oh Gott! Mit M noch besser. Tschö! Jetzt ist ja gut. Ja. Merke ich. Ach so. Das ist eigentlich auch so. Ach, Mann. Zapp, zapp. Gehe mir an. Zapp. Der lacht, ne? Ja, und da dürfen wir seine Pappen zu faust nicht mal benutzen. Nö, warum? Durfte ich auch beim Leon-Felder-Finale nicht. Arian-Granata. Ja, klatsch. Da ist die Muni. Ah, das sind noch mehr. Boah. Boah, er kriegt ja die ganze Panzer-Fäuste her. Ah. Was ist das denn jetzt hier? Irgend'n Gift. Gute Gift oder Rauf. Ich hoffe auf beides. Ja, ist gut. Oh. Wie lange, Finn? Almost done! Okay. Okay. Ach so. Oh. Oh, Triplands. Da ist ein Bläh hier vorne. Ja. Oh, ein Bläh. Oh, du hast einen Bläh! Ach so. Ach so. Oh, das ist toll. Oh, das ist toll! Ach so. Wo ist das drin? ein bisschen knapp schon herr ja das wusste ich auch im real life weisst du im blödspiel? ich habe noch kein grünes gefunden hq2-elfa-team city halls on the other side of the bridge pick up bravo and move in what's the status? any casualties? ah we got a man down on the bridge take on the bridge the whole thing is blocked off ok people get into the wound jetzt haben sie noch Panzer aufschrauben scharfschützen ich habe doch kein scharfschützengewehr äh äh sind sie Panzerbrüchse sie wollen rüber helfen er ist nur vorne aber er ist zurück du musst ihn raus ich habe das ich nehme den Punkt ich nehme den Punkt Mann ist hier gut abgürsicht soo wir sind dann den nächsten Punkt finden wo mir noch kurz passieren können wegen dem armen essen äh Captain! Over here! Aber... Hurry, Sir! Captain! Ich kann nichts mehr tun! Warst du zu langsam? Hey, ich musste hochklettern. Ach so, ich wollte schon sagen, was ich hab getan. Okay. Okay. And that's offender, yes. Captain! Over here! Hurry, Sir! Ah, so... Ich kann nicht noch stellen nach oben, du Scheissspiel! Dann wird's warten, dass ich durch bin. Vielleicht geht's dann. Ja, gut, Spiel abgestürzt, schön. Spiel ist abgestürzt? Ja, mein Spiel. Ja. Okay, es gibt einen kurzen Cut. Wir sehen uns dann gleich weiter, wenn ich da bin. Bis gleich! Was ist mir hier? HQ to Alpha Team. City Halls on the other side of the bridge. Take out Bravo and move in. What's the status? Any casualties? No, ich frage, ob ich da rüber komme ohne, dass ich zufrieden sterbe. Take out the bridge! The whole thing is blocked off. Okay, Leute. Getting to the wounded is priority one. don't no, 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 no... I just don't do that, that's why I can't go down. can't stop against me. Huh. Ich nehme mal an, ja. Wenn ich gleich am Punkt. Was zur Hölle ist das denn was? Also muss ich doch rüber nehmen, nehme ich mal an. Nein. Ja, entscheidend doch. Ja, geschafft. Ich glaube ich war einfach den S202 drauf an, ich smasht. Oh, komm gut so. So. Ah! Okay, jetzt hab ich noch jemand am Geschütz, auf der anderen Seite. Was soll ein Panzer machen, irgendwas? Ja, ne? Äh, Panzer muss kaputt. Ja. Kannst du, worauf ich schießen soll? Ist ja nix. 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 Kannst du den Panzer machen? Okay, wie kriege ich ihn da weg? Oh, das ist ja zu viel. Wenn wir ihn nehmen. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe ja eine Waffe mit Zoom. Der Zoom ist zu klein und da war's. Da ist ja weg. Was ist zu sehen? Da ist ja, kein Risiko. Ja da kann ich es nicht. Meine Maske wird das nicht bewegnen. Ich brauche etwas mit mehr Schiffs. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es! Ich brauche es. Ansonsten, der Schuss gibt es! Ich brauche es! Ach da, ich sehe ihn jetzt. Nein, du hast gerade angefangen. Ähm. Okay. Hey! Was hat mich jetzt da noch erwischt? Ich glaube der Panzer ist zu dir geflogen. Ja, okay. Aber jetzt weiß ich worauf ich scheisse muss, okay. Er kommt jetzt. Der Panzer versperrt gerade den Weg zum Tank. Okay. Ich muss ihn wohl zu mir locken. Okay, er fährt! Danke. Okay, jetzt kommt schon wieder. Ach, da bist du! Was steht? Hä, du bleibst unten! Du auch! Doch, Walter, das ist... Ahm... Bin noch einer hochgeklettert? Rundtür! Rundtür! Ich bin jetzt auf den Schienen. Okay. Schade, dass ich erst die Gegner wegkriege. Kriege. Eine Granate runterzuspressen reicht. Auf einer ist schonmal tot. Kann ich schon überall... nirgendwo, oder? Weil der Rissen nicht sterben, Mann. Und zweit ist tot. Und... Anscheinend komme ich gerade immer näher. Dann komme ich zu dir. Dann muss ich wahrscheinlich die Leute runterlassen. Ja, Kapitän, wir haben keinen Weg zu dir erreichen. Ich brauche, dass du die Strecke hochladen kannst. Ja... Wer hast du da nannt? Ja... 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 Ach, ernsthaft? Gepanzerte Füsse haben die auch noch? Wieso nicht noch einen gepanzerten Kopf und sind so unbesiegbar? Ja... Macht doch alles gepanzert, noch besser. Ja... Und nur das kleine Schwänzchen vorne umgepanzert. Pfff... Und... Und boom. Noch keine! Die Strecke hochladen, bis Finn zurückkommt! Wenn ich in Deckung gehe, spiele ich mich wieder nach. Ja, natürlich. Mit Panzerfüßen auch noch. Ich kann nicht schreiben. Cool. Ich will da rein. Ich will da rein. Scheiße... Ich will da rein. Ich will da rein. Ich will da rein. Ich zaufe... Und zwar in der interventional